Nicht mehr krabbeln. Bleibt schön da hinten. Jetzt wusen sie sich sowieso wieder. So, hier zeigen wir mal die kleine Rasselbande. Heute ist Sonntag, der 29. April. Und der Wurf ist jetzt drei Wochen alt. Das sind zusammen vier Tiere, wie man gut erkennen kann. Hier haben wir so einen roten Dickmuckel. Das ist auch der größte und der schwerste. Und der Rest ist grau, blau, so in verschiedenen Farbvariationen. Die quietschen jetzt alle so ein bisschen vor sich hin. Das kann man ja dann auch hören in der Aufnahme. Und das ist ja noch eine schwarze. Und dann wird das mal besser. Töne. 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 Dieser kleine rote, der jetzt im Bild ist, hat zurzeit 477 Gramm. Jetzt mußern sie alle wieder durcheinander. Die anderen drei liegen gewichtsmäßig zurzeit zwischen 337 Gramm und 477 Gramm. Ah ja, komm mal hier. Komm, Mutter. Gut, lass uns mal hier hin, Vanessa. Er versteckt sich. Ja, ja, ja. Da kommt die Mami, sie läuft wieder weg. Und deshalb kannst du mal Einzelnen die mal gezogen auf die Hand nehmen irgendwie. Dass man mal den Einzelnen so sehen kann. Ein bisschen mehr nach da hinten. Ja, tiefer halten. Ich gehe in den hellen Boden. Ja, weg, 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 weg. Ja, nehmen wir den nächsten. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ein anderem. Ja, jetzt kommt ja der Dickmüchel. Der Dickmüchel. Ja, okay. Ja. Ja.